Serge Vogel! Heute spielen wir Minecraft. Wir haben eine ganz besondere Challenge für euch vorbereitet. Extra nur für den Advent. Ja wir spielen Modus Jump League. Und wenn ich runterfliege, also wenn ich jedes Mal runterfliege, dann trinke ich einen Shot Tequila. Da zeige ich euch einmal. Der ist halt noch frisch. Den mache ich dann auf. Und ja, der Gabriel ist auch mit dabei. Serge! Er wird halt nichts trinken, weil der Vogel ist. Ohohohoho! Aber okay, ich trinke schon mal Wasser. Okay, sein Wasser trinkt ihr, das ist auch nicht schlecht, gell? Ja, dann starten wir gleich in die Runde ein, ich hätte gesagt. Und schauen wir mal, wie fett ich werde, oder? Also ich mache jetzt mal Tequila auf, dass ihr live dabei seid. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Das Zischen oder Knispern. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Warte, so. Du hast ein Shot-Gastl. Von der Glamourine, ich weiß, oder? Ja, ja. Oh, das rinnt gut, Abi. Vielleicht sieht man das. Ich bin so gut in den Champion Runs, das wird krank. Ja, ich muss meine Handschuhe schnell rausziehen, weil sonst geht ja gar nichts. Das wird so arg, ich sag's euch. Ja. Ja. Stattig, ich verkacke bei dem ersten Modul. Alter. No! Haha. Ja. Der erste Shot ist schon mal drin. Ja. 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 Tun wir gleich nachfuhren die hinten, oder? Alter. Das schießt schon einig, gell? Ohne Zitrone. Das ist echt... Boah. Boah. Da dreht's mich wieder zusammen. Ah. Da bin ich jetzt runtergeflogen. Jetzt ziehst du mal einen runter. Prost. Alter, Alter. Ja. Ja. Ich war nie weg. Das brennt bei der Zunge richtig rein. Boah. Hoffen ich gespeiben. Satzfrau. Oh. Das hab ich jetzt grad nicht checkt, gell? Das zählt aber natürlich dazu. Ich versch... Ich versteh der... Es kommt wieder der nächste. Schiet mal gleich rein. Wo ist noch die Kisten? Ich glaub ihr habt's verpasst. Hilfe. Jetzt schiessen wir's gleich wieder runter. Kurze Beruhigung. Alter, der ist bei 91% der ganz vorne. Der machen so nass, Alter. Hilfe. Oh. 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 Hilfe. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, hinuntergefallen. Ich schaff das erste Modul schon nicht. Alter, ich weiß auch nicht was los ist mit mir. Schau, da ist ein Ass. Vielleicht habt ihr es noch nicht bemerkt. Thank me later, boys. Alter, was für ein Scheiß. What the fuck, Alter, was war das? Eigentlich hätte ich den Sprung schaffen müssen. Nächster Schatz. Du, jetzt nicht so für ein paar, das ist echt grausig ohne Zitrone. Prost. Mir wird schon ganz warm. Mir wird schon ganz warm. Gabriel, nicht am Raging, bitte. Bitte. Reiß dich zusammen. Beim nächsten Fail muss ich wieder einen Shot trinken. Oder nennen wir das eher Zwutschtl-Shot. Weil ich vertrock ja nicht so früh, gell. Das müsst ihr mit bedenken. Jetzt kommt der letzte Sprung. Na, und ich verkack. Holy shit. Holy shit. Jetzt kommt gleich wieder der nächste Zwutschtl-Shot. Da wird ein bisschen mehr rein. Alter, wie kann man noch schnell, wie kann man noch schnell einen Eck-Gleitersprung machen? Wie muss man da schauen? So ein Art Ninety. Prost. Ein Ninety. Wie ein Ninety mach ich halt. Was für ein Ninety, oder? Fortnite Ninety. Soll ich dir das erklären? Ja, soll ich rechts schauen, oder links schauen? Auf die Leiter? Äh, achso das. Ja. Kannst du wieder dann schauen, wie es geht. Ho, 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 ho. Was? Bis jetzt läuft es gut. Endlich. Aber der nächste Fail ist wieder ein Zwutschtl-Shot, gell. Alter, das schaum. Holy shit. Na, verkackt. Kurz-Luft-Hotten. Ja! Ich bin auf dem goldenen Dings beim Sprung zum Modul Ende. Aber ich verkackt, aber ich hätte jetzt eh keine Kisten mehr gekriegt. Falls du bist. Alter. Nice, nice. Oh, fast. Fast hättest überlebt, Junge. Ja, Alter, ich hab mit meinem Crippel Kausch alles gegen irgendjemanden. Was will er eigentlich? Hä? Ich seh ich, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, nice. Nice, Alter. Bin im Loch, bin im Loch. Ja, ich bin... Alter, warum gehen wir die ganze Zeit gegen die Grünen rein? Nein, Alter, der Scheiß grünet, der fuckt mich immer ab. Ja, das Problem war, wir sind halt... Ich bin alleine reingegangen. Ich hätte gedacht, wir gehen zusammen drauf. Ja, es waren ja rechts neben uns die Galben. Alter. Ja. Das war's, hätte ich gesagt. Das war's. So ein Treik, oder? Wir sind echt Kacke. Wir sind echt unterste Schiene. Ja, ich geh jetzt mal spalten, gell. Ja, ich geh jetzt mal spalten, gell. Und wie steht meine Welt jetzt auf? Ja, ich geh jetzt mal spalten, gell.